Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Ich heiße Max und ich habe den besten, schönsten, tollsten Roman der Literaturgeschichte gelesen. Zumindest in den Augen von relativ vielen britischen Booktuberinnen. Und dieses Buch steht auch regelmäßig auf der Liste der zehn größten Romane der Literaturgeschichte. Nicht nur im englischsprachigen, sondern im weltweiten Bereich. Und wenn man es dort nicht findet, dann garantiert auf den folgenden 90 Plätzen. Denn eigentlich steht es auf der Top 100 von fast allen Literaturlisten. Es ist also wirklich ein Roman von enormer Popularität. Denn es geht heute um Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Ich denke, Jane Austens Name ist mittlerweile Begriff geworden für romantische Literatur. Für eine Schreibart, die von tiefen Gefühlen natürlich durchdrungen ist. Von prickelnder Palierkunst. All das werden wir in diesem Buch wiederfinden. Es ist für mich der zweite Roman von Jane Austen, nachdem ich zuletzt auch schon Gefühl und Vernunft las. Und davon mittelprächtig beeindruckt war. Aber heute sprechen wir eben über dieses Buch. Stolz und Vorurteil ist vermutlich der bekannteste Roman von Jane Austen. Jane Austen wurde 1813 geschrieben. Sie hatte ja eben neben Gefühl und Vernunft Sense and Sensibility auch noch solche Bestseller wie Emma, die immer noch gelesen werden, die immer noch hoch im Kurs stehen und eben dafür sorgen, dass Jane Austen vielleicht die Queen der britischen Literatur ist. Jane Austen wurde 1775 geboren und sie starb 1817. Sie hatte ein relativ kurzes, aber eben literarisch durchaus erfülltes Leben. Weiter möchte ich jetzt auf Sie als Person gar nicht eingehen, denn in dieser Besprechung dieses Werkes werde ich relativ viel zitieren und vorlesen, um die Interpretation aus dem Text selber eben ableiten zu können. Und daher wird sich das zeitlich heute alles etwas verzögern, die nachfolgenden Sendungen. Ihr wisst, wie es weitergeht. Erster Satz möchte ich vorlesen. Das habe ich mir aufgeschrieben auf meiner kleinen To-Do-Liste, die ich jetzt gerade noch erstellt habe. Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, dass ein alleinstehender Mann im Besitz seines gewissen Vermögens auf der Suche nach einer Frau sein muss. Ja, und tatsächlich hat die stets sehr freundliche Buchhändlerin in der Connewitzer Verlagsbuchhandlung diesen Satz sofort parat gehabt, als ich dieses Buch über die Ladentheke reichte, um es in meinen Besitz übergehen zu lassen. Und das hat mich beeindruckt. Ich kann sehr wenige erste Sätze, generell sehr wenige Sätze zitieren. Auch diesen werde ich bald vergessen, wie vermutlich einen Großteil des Romans. Warum ist das so? Kommen wir erstmal zur Handlung. In der Nähe des Anwesens der Familie Bennet, die übrigens fünf Töchter hat, zieht ein gewisser Mr. Bingley ein in einem herrschaftlichen Anwesen ums Eck. Er ist ein attraktiver Junggeselle und in seinem Schlepptau befindet sich auch der stolze und extrem charismatische, ganz wunderbare Mr. Darcy, der im Sozialen allerdings sehr schroff ist. Ja und die Ankunft dieser zwei gut situierten und wie gesagt jungen attraktiven Männer fasziniert die fünf Bennet-Töchter über allemaßen, außer Mary, die ist davon nicht beeindruckt. Ja und es ergeben sich jetzt natürlich Besuche, es ergeben sich Treffen und die damit verbundenen Konversationen und die Protagonistin und Perspektivfigur dieser Geschichte, nicht aber unsere Ich-Erzählerin, ist Elizabeth Lizzie Bennet. Sie ist Anfang 20 und sie sorgt sich zu Beginn jetzt vor allem um ihre Schwester Jane, denn die verliebt sich relativ schnell Hals über Kopf in Mr. Bingley und auch er scheint zu Beginn tiefe Gefühle für sie zu hegen und es könnte ja jetzt ganz wunderbar laufen. Allerdings wird diese Geschichte immer mal wieder von gewissen Schwierigkeiten bedroht, also einfach gewisse Wegpunkte, die sich dem Happy End in den Weg legen und die Geschichte muss jetzt drumherum oder muss eben in gewissen Sinuskurven sozusagen Spannungen aushalten, Lösungen finden, um die Liebe von jungen Menschen doch möglich zu machen. Denn der Cousin und Erbberechtigte des Anwesens der Bennets, nämlich ein Mr. Collins, kommt jetzt und er möchte Lizzie heiraten. Er ist ein ganz unsympathisch gezeichneter, widerlicher Charakter, ein Mann, der nichts versteht, der selbst eine direkte Ablehnung einer Frau als eigentlich verschobene und eben hinterrücks getätigte Zustimmung deutet, der also sozusagen einfach nichts kapiert und kapieren will. Mr. Collins trifft allerdings auf Lizzies Gegenwehr. Sie sagt ihm, nein, ich möchte sie nicht ehelichen, wirklich alles andere, aber das nicht. Und so schwenkt er jetzt einfach um zur pragmatischeren Freundin Charlotte. Charlotte oder Charlotte ist die Freundin von Lizzie und sie wird, wie wir später noch genauer analysieren werden, sich auf Mr. Collins einlassen. Nach einem plötzlichen Umzug der Männer, also von Mr. Bingley und Mr. Darcy, nach London, scheint jetzt Janes Eheanwarnung auf Eis gelegt zu sein und wir Leser wissen nicht genau, was los ist, auch die Schwestern wissen es nicht genau. Vielleicht hat die Schwester von Mr. Bingley da ihre Hände im Spiel und will ihren Bruder vielleicht fernhalten. Sie treibt da offenbar ein intrigantes Spiel, das wird sich dann am Ende noch herausstellen. Mr. Wickham tritt auf den Plan. Es ist ein weiterer Gentleman und er bezirzt kurzzeitig Lizzie, erscheint sympathisch, ein eloquenter und auch erotisch reich ausgestatteter Mann. Aber Lizzie erkennt bald, eigentlich möchte Mr. Wickham eine möglichst gute Partie machen. Sie ist das nicht unbedingt, denn die Bennets sind nicht besonders wohlhabend. Und dann brennt er tatsächlich mit Lizzies Schwester Lydia durch. Und diese Affäre, die die beiden jetzt offenbar begehen, außerhalb jeder gesellschaftlichen Konvention, bedroht natürlich die ganze Familie. Denn Ehre ist hier alles. Und damit sind auch die Ehemöglichkeiten der anderen Bennet-Schwestern bedroht. Und aus dem Hintergrund, so erfahren wir jetzt, arbeitet Mr. Darcy an einer Lösung des Problems, denn er liebt Lizzie seit vielen Wochen schon. Von ihrem intelligenten und vor allem schlagfertigen Charakter war er von fast Anfang an gefangen genommen worden. Und seine erste Liebeserklärung an sie ist allerdings noch geprägt vom Stolz. Denn er ist ja, wie der Titel uns verrät, durchaus ein sehr stolzer Charakter. Und so sagt er, Ja, Lizzie, ich liebe sie, obwohl sie so eine schlechte Partie sind. Und obwohl ich sie eigentlich gar nicht ausstehen kann. Ich liebe sie und weiß gar nicht warum. Und das ist für Lizzie natürlich, sagen wir mal, höchst doppeldeutig formuliert. Und sie weiß nicht, was sie davon halten soll und reagiert. Wie wir alle reagieren würden vermutlich. Sie ist beleidigt. Aber schon bald regen sich auch in Lizzie Gefühle. Sie sorgt sich allerdings, dass Lydias Verhalten, sie ist ja durchgebrannt, jetzt eben ihren Mr. Darcy abkühlen würde. Dass er sie also nicht mehr liebt. Wobei wir Leser schon begriffen haben, dass das nicht der Fall ist. Dass Mr. Darcys Liebe echt ist. Aber auch hier grüßt natürlich, sagen wir, eine gewisse aufgebaute Spannung. Und ja, der Wunsch natürlich auch nochmal ein paar Emotionen des Lesers zu aktivieren. Warum denn auch nicht? So soll Literatur ja auch funktionieren, nicht wahr? Dass wir uns freuen, ängstigen und dann aber natürlich auch überrascht und erleichtert sind. Und am Ende wird es dann, ich denke, ich spoiler da nichts. Und vielleicht doch. Dann hört ihr Zweck beim letzten Satz. Bald wird es eine Doppelhochzeit geben, denn auch Jane und Mr. Bingley können sich noch einmal ihrer Liebe versichern. Es war tatsächlich die Schwester von Mr. Bingley besonders, oder deren zwei, die sich da eingemischt haben. Das ist die Geschichte. Das ist die für viele größte Liebesgeschichte der Literatur. Kann man so sehen, muss man nicht so sehen. Kommen wir mal auf die Themen zu sprechen. Ich habe mir hier jetzt einige rausgesucht. Und zunächst einige Worte zur unklaren Erzählperspektive. Meistens ist nämlich Lizzie unsere Erzählperspektive, unsere Perspektivfigur. Wir erfahren ihre Gedanken. Es ist also eine personelle Erzählerin am Start. An vielen Stellen wandert die Perspektive allerdings innerhalb der Absätze oder sogar innerhalb eines einzigen Absatzes. Auf Seite 88 gibt es ein Beispiel. Lizzie und Mr. Darcy begegnen sich auf einem Ball. Und da heißt es, Also wir sind zunächst im Kopf von Mr. Darcy und im nächsten Satz im Kopf von Lizzie. Das soll uns jetzt erstmal nur verdeutlichen, dass diese Erzählerin mit uns natürlich auch in gewisser Hinsicht ein doppeltes Spiel spielt. Denn manchmal wissen wir doch mehr als Lizzie. Und das ist gerade am Ende wichtig, weil wir dann doch seine Liebe besser einschätzen können als Lizzie. Denn sie wird am Ende, nachdem sie ganz lange so reif und klug und auch berechnend war, plötzlich wieder naiv. Wir Leser sind das aber nicht. Ja und dann hat eine Booktuberin, kann man gar nicht sagen, ich denke sie ist eine britische Literaturwissenschaftlerin, namens Dr. Olivia Cox, auf einen Umstand aufmerksam gemacht. Auf Seite 350 heißt es nämlich über den anstehenden möglichen Skandal um die Tochter Lydia, die ja mit Mr. Wickham aufgebrochen ist, um ihre Ehre offenbar zu verlieren und sich in den Höllen einer kirchlich und moralisch nicht abgesegneten Lust zu verlieren. Da heißt es über sie, ohne Zweifel hätte es dem Klatsch mehr Nahrung geliefert, wenn Lydia Bennet in der Gosse gelandet wäre oder sich im für sie günstigsten Fall in ein abgelegenes Bauernhaus fernab von der Welt hätte zurückziehen müssen. Und Dr. Olivia Cox hat hier, wie ich finde, ganz richtig darauf aufmerksam gemacht, dass diese Menschen, dass dieser Gossip sozusagen, sich offenbar daran ergötzt, dass Lydia eventuell als Prostituierte arbeiten wird. In einem abgelegenen Haus vielleicht dann sozusagen Kunden empfangen wird. Das ist natürlich eine verklausulierte Sprache. Und was Olivia Cox darin gesehen hat, Dr. Olivia Cox entschuldigt, ist die Tatsache, dass hier durchaus auch immer wieder sozusagen eine schadenfrohe Energie im Buch enthalten ist. Ja, das ist nicht nur Liebe und eitel Sonnenschein und wunderschöne Harmonie. Nein, es geht ja auch darum, dass Menschen tatsächlich in ihrem Wesen verdammt werden und dass man sich auch darüber erheitert, wenn Menschen scheitern. Ja, und wenn sie sozusagen ausgeschlossen werden aus der Gesellschaft. Das ist jetzt nicht Lizzys Ansicht. Ja, das ist ja eben eine Erzählperspektive, die nicht in dem Fall auf eine Person bezogen ist. Aber das macht uns schon mal deutlich, in dieser Welt hier geht es definitiv nicht nur um positive Gedanken, sondern Menschen scheiden sich auch gegenseitig. Ja, sie distanzieren sich voneinander und zeigen auch eine gewisse Schadenfreude. Ein weiteres Thema sind hier natürlich die Gentries und die Arbeit. Denn dieses Buch thematisiert und behandelt samt und sonders und ausschließlich Menschen des niederen Landadels. Ja, eben die Gentries, von denen ja auch der Gentleman kommt. Diese Personen arbeiten nicht. Arbeit, Handarbeit ist sozusagen verpönt. Das macht das Volk, das einfache Volk. Die hier leben natürlich von der Pacht der Ländereien. Also sie verpachten ihr Land und bekommen dadurch Einnahmen. Das erinnert uns an das System in Russland. Dort sprach man ja immer von den Seelen, eben bis zur Auflösung der Leibeigenschaft. Gogol hat dazu ja das Buch geschrieben, die toten Seelen. Also diese Art, dass es eine Schicht gibt, die eben nicht arbeiten muss, ist in der europäischen Literatur bekannt. Aber auch darüber hinaus, auch in Japan gibt es das Koku-Wesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Aber Koku ist ja das Reisvolumen pro Region und zeigt also auch an, wie viele Menschen ernährt werden können von einem bestimmten Gebiet, über das eben ein Mensch, ein Adeliger herrscht. Ja, und dadurch sind diese Menschen hier eigentlich auf Konversationen sozusagen angewiesen. Auch die standesgemäße Heirat ist also essentiell, um Macht zu erhalten oder vielleicht auch zu erwerben, wie bei den Bennets, denn die sind ja arm und würden natürlich extrem davon profitieren, wenn sie eine Tochter oder zwei Töchter gut verheiraten könnten. Und dadurch wird die Konversation wirklich zu einem gesellschaftlichen Schaulaufen, allerdings, wie wir auf Seite 200 erfahren können, ohne eigentlichen individuellen Inhalt. Die Form ist hier ganz, ganz häufig alles und es zeigt sich, dass gerade derjenige anerkannt ist, der es in der Form zu einer gewissen Meisterschaft gebracht hat. Und dadurch ist natürlich auch implizit eine, nicht gewisse, sondern große Oberflächlichkeit enthalten. Hier heißt es zum Beispiel über eine Figur, Fitzwilliam begann sogleich eine Unterhaltung mit der Beweglichkeit und Eleganz eines wohlerzogenen Mannes und palierte sehr angenehm. Also es zeigt sich allein darin, wie er es tut, schon eine gewisse Reife, eine Erziehung, ein Stand. Damit kann er natürlich auch Prestige für sich erwerben. Und wenn wir jetzt einen Inhalt dafür suchen, dann finden wir nur wenige Worte über Haus und Garten. Dann kommt noch übliche Floskeln, auch das wird noch benannt. Also es geht eigentlich inhaltlich um sehr wenig, aber darin zeigt sich dann auch der Charakter von Lizzie, unserer Perspektiv- und Hauptfigur. Sie reflektiert nämlich ironisch den Zwang zur Form auf einem Ball und zeigt damit gerade diesem Mr. Darcy, dem tollen Stecher, dass sie intelligent ist. Ja, denn die tanzen miteinander und jetzt sagt sie zu ihm, jetzt sind Sie an der Reihe etwas zu sagen, Mr. Darcy. Ich habe etwas über den Tanz gesagt. Sie sollten jetzt eine freundliche Bemerkung über die Größe des Raumes oder die Anzahl der Paare machen. Ja, das heißt, sie zeigt ihm somit, dass sie diese Konversation erstens beherrscht. Sie kann Meta, eine Meta-Ebene einnehmen, also über diese Art der Kommunikation sprechen. Und sie macht sich natürlich auch über die Form dieser Standards-Konversation lustig und zeigt damit ihren Geist. Zeigt aber auch, dass sie eigentlich eine individuelle Behandlung, ein individuelles Gespräch bevorzugen würde. Denn sie spricht ja eigentlich mit sich selber. Sie könnte dieses Gespräch auch führen ohne Mr. Darcy und das zeigt sie ihm ja auch. Ja, und das ist also für uns ja auch die Möglichkeit, in der Konversation durchaus auch eine Ebene des Gesellschaftlichen zu sehen, die kritisiert wird. Implizit, zart, andeutungsweise, aber die kritisiert wird. Und wir sehen darin natürlich Lesi. Die ist resolut, die ist mutig, die macht sich auch über die Konversationen der Zeit lustig. Sie ist intelligent und ja, in gewisser Hinsicht flirtet sie natürlich auch mit Mr. Darcy, denn sie provoziert ihn ja ein bisschen. Ja, Lisi erkennt durch Beobachtung des Palierens und durch die Beobachtung der Menschen auf verschiedenen Zusammentreffen den Charakter der Menschen. Das ist auch ganz wichtig. Auch sie arbeitet nicht, das darf sie nicht, das ist nicht angedacht. Das heißt, sie muss sich darauf beschränken, Menschen zu beobachten, um für sich, gerade für die Heiratsangelegenheiten, für sich selbst und für ihre Schwestern eben Männer deuten zu können. Ehe ist für die Frauen eine wirtschaftliche Absicherung. Auch für die Männer, es gibt mit Mr. Wickham eine für die Zeit vermutlich doch skurrile Nebenfigur, die sich dann allerdings in konventioneller Negativität auflöst. Aber gerade den Anfang fand ich sehr spannend, denn auch Mr. Wickham scheint arm zu sein und die Bennets, die Bennet-Schwestern finden erstmal in Ordnung, dass Mr. Wickham sich eine möglichst reiche Frau suchen möchte, auch wenn er die nicht liebt. Da sagen sie, das ist doch in Ordnung, das ist auch ein armer Schlucker, der soll sich halt seine Sugar-Lady suchen und das stört sie erstmal nicht. Fand ich sympathisch zu dem Zeitpunkt. Genau, also die Frau ist eben davon abhängig, dass sie einen Mann findet als Ernährer, aber hier ist jetzt für mich eben auch der moderne Touch dieses Buches enthalten, Denn die Liebe soll auf der Grundlage von Charaktereigenschaften erstmal gefunden werden und diese Charaktereigenschaften sind also essentiell als zweite Grundlage. Da ist also nicht mehr nur der Stand und nicht mehr nur die Notwendigkeit, sich wirtschaftlich abzusichern oder zu verbessern. Nein, Lizzie vor allem fordert, dass Mann und Frau sich auch auf einer charakterlichen Ebene annähern müssen und diese muss funktionieren. Ja, also das ist noch keine romantische Liebe unbedingt, zumindest habe ich das nicht gelesen, denn dafür fehlt jedoch relativ vieles, vor allem eben Inhalt tatsächlich. Aber diese Betonung von Charaktereigenschaften sind essentiell. Das ist für mich dann auch das nächste Thema, die Charaktereigenschaften. Deswegen eine kurze Abgrenzung zu zumindest meiner Vorstellung von Charaktereigenschaften. Vielleicht unterscheidet sich eure Vorstellung davon ganz massiv. Aber in diesem Buch sind Charaktereigenschaften tatsächlich deutlich statischer und auch wirkmächtiger interpretiert, als ich das heute mache. Also man muss sich das vorstellen, jeder Mensch, ich übertreibe ein bisschen, aber wirklich nur marginal, jeder Mensch hat vielleicht drei oder vier Charaktereigenschaften und diese behält er. Und diese Charaktereigenschaften formen dann den ganzen, den Habitus eines Menschen, seine Handlungen, auch seine soziale Geschicklichkeit. Also ich würde eher davon ausgehen, habe ich auch schon öfter erwähnt, im Anhang und im Gefolge von Plessner, dass es Rollenidentitäten gibt. Dass wir Menschen uns, je nachdem in welcher Situation wir uns befinden, auch unterschiedlich verhalten. Ja, auch vielleicht andere Wesenszustände annehmen. Ich bin manchmal, und das möchte ich jetzt auch nicht im Detail ausführen, aber ich bin ganz, ganz vieles, je nachdem in welcher Situation ich stecke. Das ist in diesem Buch noch nicht so gedacht. Sondern Charaktereigenschaften sind eine Form, die jeder Mensch hat. Und es ist für Lizzie vor allem eine Art von Bewertungsgröße. Je nach der Charaktereigenschaft eines Menschen kann man dessen moralischen Wert ermessen, erkennen. Lizzie zum Beispiel ist klug und auch weniger sanftmütig. So heißt es gleich zu Beginn auf Seite 23, vor allem in Auseinandersetzung mit ihrer Schwester Jane, die als sehr viel sanfter gezeichnet wird. Hier steht, und Elizabeth mit besserer Auffassungsgabe und einem weniger sanftmütigen Temperament, gesegnet als ihre Schwester, mit einer Urteilskraft, die nicht durch eigene Interessen getrübt war, war ganz und gar nicht geeignet, Binglis Schwestern angenehm zu finden. Dann heißt es noch, sie ist auch stolz und eingebildet. Also sie hat auch negative Eigenschaften, allerdings werden die natürlich aufgewogen von den positiven Eigenschaften. Also sie ist eigentlich eine sehr kluge und auch liebevolle Person, die eben sich für ihre Schwester einsetzt, die aber vor allem intelligent ist, rational, die Menschen beobachten und analysieren kann. Sie ist also eine Beobachterin und hat damit natürlich auch ein Standing. Das ist eine Postulierung eines gesellschaftlichen Werts und auch natürlich einer intellektuellen Fähigkeit. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind in einer Zeit, in der Frauen natürlich von einer großen Mehrheit der Gesellschaft als unintelligenter wahrgenommen worden sind. Und das war nicht eine Meinung, die sich vielleicht auch erwehren musste gegen eine rationale Vorstellung. Nein, das war, denke ich, für die meisten die Grundlage von Mann und Frau, wenn es darum ging, eben grundlegende Eigenschaften zu klassifizieren. Ja, Charlotte, ihre Freundin, ist materialistisch und dadurch in den Augen von Lissi gesunken im Wert. Und das ist eine ganz entscheidende Stelle, denn gleich kommen wir auch nochmal auf die unterschiedlichen Ehevorstellungen zu sprechen. Aber über Charlotte, die dann eben den Mr. Collins heiratet, der sich ja zunächst um Lissi beworben hatte. Und über Charlotte sagt Lissi einmal, aber nie hätte sie gedacht, dass sie, wenn die Gelegenheit sich böte, jedes höhere Gefühl der materiellen Sicherheit opfern würde. Charlotte als Gattin von Mr. Collins, was für ein beschämendes Bild. Ja, also Lissi kann sich tatsächlich nicht mit der Tatsache anfreunden, dass ihre Freundin in Mr. Collins einfach eine materiell absichernde Partie sieht und das eben aus der wirtschaftlichen Erwägung heraus machen möchte. Und das führt tatsächlich dazu, dass Lissi sie weniger achtet. Also Charaktereigenschaften führen tatsächlich zur moralischen Bewertung einer Person. Jane ist schüchtern und naiv positiv. Ja, die mag einfach alle anderen Menschen. Das findet Lissi natürlich süß, aber sie weiß auch, dass es eine große Schwäche von Jane ist. Und die Schwester Mary, sie ist unattraktiv und muss deshalb mit Wissen sozusagen protzen. Das Wissen kompensiert also eine äußere, fehlende Wohlgefälligkeit. Auch das ist erstmal eine Personenzeichnung, die sich natürlich ganz arg bricht mit irgendwelchen feministischen oder proto-feministischen Vorstellungen, die ja manche Leser in dieses Werk hineindeuten. Hier heißt es, ihre Schwester Mary nahm den Platz am Instrument ein, die, da sie als Einzige in der Familie nicht hübsch war, hart an ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten arbeitete und immer ungeduldig darauf wartete, zu zeigen, was sie konnte. Mary hatte weder Geschick noch Geschmack. Ja, sie ist also eigentlich die Verdammte in der Familie. Sie kann im Prinzip überhaupt nichts. Dieses Buch ist an vielen Stellen äußerst unangenehm zu lesen, da mich persönlich diese festgeschriebenen Charaktereigenschaften, die allzu häufig pejorativ, beleidigend und verletzend sind, gestört haben. Mr. Darcy ist, wie der Titel ja schon sagt, stolz. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Sein Park zum Beispiel, er hat ein Anwesen und Lizzie ist dort einmal, sein Park erweist ihn als edel und weist ihn eben als edelmütig, als großzügig und als architektonisch, landschaftlich mit einem reichen, ja und wachen Verstand gesegnet aus. Das heißt, sein Stolz ist nur eine Eigenschaft unter ansonsten sehr vielen Positiven. Denn wäre er nur stolz, so können wir durchaus interpretieren, dann wäre er keine positive Figur. Auf Seite 418 heißt es, da sagt das Mr. Darcy selber zu Lizzie, Mein Leben lang bin ich ein selbstsüchtiger Mensch gewesen, in meinem Handeln, wenn auch nicht in meinem Denken. Als Kind hat man mir beigebracht, was Recht ist, aber ich habe nie gelernt, mein Temperament zu zügeln. Und er führt dann auch noch aus, Was ich Ihnen alles verdanke, Sie haben mir eine Lektion erteilt, anfangs hart, aber sehr zu meinem Nutzen. Er erdankt Lizzie also dafür, dass sie seinen Charakter nicht nur richtig verstanden, sondern eben auch noch in andere Bahnen gelenkt. Also Charaktereigenschaften sind hier ganz wichtig. Die Mutter, um das auch noch der Vollständigkeit halber zu sagen, ist kleinlich, sie ist dumm. Und auch das wird in meiner Interpretation dann noch wichtig werden. Auf Seite 272 heißt es einmal, über die arme Miss Bennet, und arm sage ich, weil sie tatsächlich sehr, sehr viel tut für ihre Töchter und dafür eigentlich von Lizzie permanent beleidigt wird, da heißt es über die Ehe zwischen eben Lizzies Vater und Mutter, ihr Vater geblendet von Jugend und Schönheit und jenem Eindruck von Fröhlichkeit, den Jugend und Schönheit so gern vermitteln, hatte eine Frau von wenig Verstand und kleinlicher Gesinnung geheiratet und beides zusammen hat er schon sehr früh in ihrer Ehe jeder echten Zuneigung ein Ende gemacht. Respekt, Wertschätzung und Vertrauen waren für alle Zeiten verloren, all seine Hoffnungen auf Glück in der Ehe zunichte. Lizzie denkt mit keiner Silbe an das Glück der Mutter. Warum? Das nächste Thema und das letzte Thema, das ich mir noch anschauen möchte, ist eben der Proto-Feminismus. Ist dieses Werk also feministisch? Das sowieso nicht. Das wäre ein Anachronismus, da es diese Bewegung und auch diese Geisteshaltung vermutlich noch gar nicht gab. Aber ist es Proto-Feministisch? Also enthält es sozusagen gesellschaftliche Gedanken und zwischenmenschliche Strukturen, die darauf hindeuten, dass Jane Austen hier eben den Frauen generell eine größere Macht zusprechen wollte und die Rechte von Frauen eben durchsetzen wollte. Also da gibt es erstmal ein dezentes Ja, denn einige Erklärungen zur Rolle der Frau lesen sich durchaus so oder lassen sich eben als Proto-Feministisch interpretieren. Charlotte auf Seite 31 sagt dann auch mal, in neun von zehn Fällen ist es besser, wenn eine Frau mehr Zuneigung zeigt, als sie empfindet. Also zumindest können wir das als eine Art von Handlungsanweisung interpretieren, wie eine Frau sich eben einen möglichst guten Mann angelt, indem sie einfach generell so tut, als würde sie große Zuneigung empfinden. Und das ist, wenn es als eine Handlungsanweisung eben formuliert ist, zumindest ein Versuch, eine Strategie zu entwickeln. Dann gibt es auch ehrliche Formulierungen von eigenen Wünschen. Als Lizzie einmal zu Mr. Collins, zu diesem Scheusal, sagt, auf Seite 129, Sie könnten mich nicht glücklich machen und ich bin überzeugt, dass ich die letzte Frau auf Erden wäre, die sie glücklich macht. Also sie formuliert hier einfach ihre fehlende Liebe und auch das ist natürlich der Beweis für eine Stärke. Sie gibt sich nicht einfach zufrieden damit, was über sie, über ihren Kopf hinweg entschieden wird. Nein, sie ist durchaus in der Lage, ihre Interessen zu wahren und zu formulieren. Außerdem ist Lizzie, wie schon erwähnt, ja eine kluge Beobachterin des gesellschaftlichen Geschehens, die durchaus rational abwägt, um Ziele zu erreichen für sich und für andere. So spricht sie auch immer wieder mit Jane und sagt ihr einfach, nein, dann aus meiner Perspektive und aus meiner Interpretation liebt dich dieser Mr. Bingley wirklich. Ich habe seine Blicke gesehen, ich habe gesehen, wie er sich danach mit einem Freund unterhalten hat, dabei aber immer wieder zu dir gesehen hat und ich interpretiere das als eine starke emotionale Verbindung zu dir. Also sie interpretiert Menschen, deren Verhalten und schließt darauf auf zugrunde liegende Charaktereigenschaften und bei ihm eben auf eine klare Liebe. Das ist natürlich zunächst mal die Betonung einer intelligenten Frau. Mr. Darcy wird nach seiner Liebesoffenbarung sofort zum sozialen Wesen erzogen. Ich hatte euch ja gerade schon eine Stelle vorgelesen, in der er sich bedankt bei Lizzie dafür, dass sie ihn erkannt aufgeschlossen hat. Das war üblicherweise die Aufgabe eines Mannes, der eben die Frau aufschließt und ihr sozusagen den Weg weist. Hier wird es mal umgedreht. Er muss dann auch relativ schnell Spott ertragen lernen, denn hier heißt es, sie rief sich ins Gedächtnis, dass er erst lernen musste, Spott zu ertragen und dafür war die Zeit noch nicht reif. Sie spottet etwas über ihn, als sie sich dann aber schon liebgewonnen haben. Da merkt sie, ja gut, das war jetzt ein bisschen zu früh, aber bald soll er Spott ertragen lernen. Also es zeigt uns schon, sie hat schon gewisse, in meinen Augen sehr unsympathische Züge. Sie möchte also den Mann auch strategisch erziehen und ihn eben auch mit Krallenhänden vielleicht hin und wieder anfassen. Aber, und jetzt kommt ein ganz großes Aber, denn das sind alles so zarte Ansätze, wo ich sagen würde, ja, das sind ja zumindest sehr reife, fast schon moderne Tendenzen, die sich darin zeigen. Allerdings sind es eher punktuelle Betonungen. Das ist jetzt noch nicht das Verständnis für die Rolle der Frau und für die prinzipielle Forderung von Rechten. Denn sie verurteilt ja, wie gesagt, ihre Freundin Charlotte. Extrem Charlotte. 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 Meine Güte. Max und das Englische. Auf Seite 153. Nun, wo Charlotte sie so enttäuscht hatte, wandte sie sich umso liebevoller und mit umso größerer Bewunderung ihrer Schwester zu. Die Tatsache, dass Charlotte sich also den Mr. Collins geangelt hat, der für sie wiederum keine Möglichkeit war, führt dazu, dass sie ihre Freundin nicht mehr so anerkennt. Ja, und das ist in meinen Augen natürlich eine klare Verurteilung von Frauen für eine eigentlich rationale Haltung. Außerdem verklärt sie durchgehend ihren eigenen Vater, obwohl der letztlich, abgesehen von ironischen und zynischen One-Linern, nichts beizutragen hat für die Familie und sich immer wieder lesend zurückzieht. Er sagt sogar, ich interessiere mich überhaupt nicht dafür, wen ihr heiraten werdet. Und das ist dann für Lesi im folgenden Satz der Beweis dafür, wie großartig, auch lustig und intelligent ihr Vater ist. Also das Fehlen von Empathie und Interesse für die eigenen Töchter wird zum Beweis von dessen Größe, was letztlich ganz absurd ist. Und natürlich ist dazu dann auch passend die Verachtung der eigenen Mutter, die eben als dumm dargestellt wird, weil sie sich über allemaßen dafür interessiert, dass ihre Töchter verheiratet werden, obwohl uns dieses Buch auch klar macht, dass die Bennets natürlich darauf angewiesen sind, dass sie die Töchter unter die Haube bekommen. Denn sie sind zwar nicht arm, das auf gar keinen Fall, aber sie sind auch nicht reich. Und genau, es ist ja eben auch für Lesi ein ganz großes Ziel, dass Jane diesen reichen Mr. Bingley heiratet. Und die Tatsache, dass Mr. Darcy wiederum reich ist, trägt sicherlich auch dazu bei, dass die Familie generell zufrieden ist mit dieser Wahl. Und wir erinnern uns auch an die Behandlung von Lydia, die ja deshalb verurteilt wird, weil sie sich eben nicht für diese Ehe entscheidet. Aber die Tatsache, dass die Mutter sozusagen diese ganzen Werte ebenso vertritt und diese nicht nur vertritt, sondern tatsächlich auch ausleben möchte, führt dann zu deren Verachtung. Und das ist eine völlig absurde und eben, ich denke, nicht bewusst getätigte Verurteilung. Denn die Mutter ist letztlich überfordert. Aber sie ist nicht böse, sie ist auf gar keinen Fall eine böse gezeichnete Person. Sie wird immer nur als dumm dargestellt, als schrill, aber ganz im Ernst. Sie hat fünf Töchter, die auch sehr anstrengend sind in vielerlei Hinsicht. Und in meinen Augen war sie eigentlich die Person, die hier sehr vieles zusammenhält. Ja, die Machthierarchien innerhalb der Familie und innerhalb der Gesellschaft sind in meinen Augen also von Lizzie komplett internalisiert worden. Ja, der Vater steht an der Spitze der Familie. Das würde sie überhaupt nicht in Frage stellen. Sie kann das überhaupt nicht rational erfassen. Sie kann sich zu diesem Umstand nicht rational verhalten. Der fällt ihr einfach nicht auf. Ihr fällt auch nicht auf, dass die Mutter natürlich darunter leidet. Dass der Vater sich einfach mit einem Buch zurückzieht und dann so einen Spruch raushaut. Ja, wenn ich dich das hier machen lassen würde, dann würde unser Haus aber übermorgen wirklich untergehen. Und Lizzie denkt sich, er ist aber wirklich so ein großer Spaßmacher und Mutti ist wirklich dumm. Und jetzt, Mutti, mach mal bitte. Sorg mal bitte dafür, dass wir einen Ehemann bekommen. Hat mich also, wie ihr merkt, durchaus gestört. Weil das für mich eben gerade das Gegenteil einer feministischen Herangehensweise ist. Es geht in meinen Augen also um Charaktereigenschaften, die als gut dargestellt werden, nicht um eine generelle Machtumverteilung oder um eine Thematisierung von männlicher Macht und weiblicher Ohnmacht. Dazu passt auch, dass der Film von 2005 mit Keira Knightley diese ganzen Disharmonien geglättet hat und für deutlich romantischere Bilder gesorgt hat. Manchmal frage ich mich offengestanden, ob jene Leser, die das Buch für so eine romantische Wundererscheinung halten, nicht eher den Film gesehen haben und vielleicht dann auch das Buch gelesen haben und vielleicht manches so miteinander vermengt haben. Denn im Film sind die Bennets zum Beispiel deutlich ärmer und dadurch ist natürlich das Happy End auch noch mal größer. Also generell wird hier noch mal auf einer emotionaleren Ebene gearbeitet, auch in dem die Eltern generell liebevoller sind. Offenbar haben die Filmemacher auch erkannt, dass der Vater scheußlich phlegmatisch ist und dass die Mutter eben auch überfordert ist. Und so sind einfach die Eltern liebevoller. Und der Antrag von Mr. Darcy findet natürlich auch im Regen statt. Wir alle wissen, eine Offenbarung von Verliebtheit kann nur im Regen stattfinden. Falls eure Freundin oder falls euer Freund das an einem Tag gemacht hat, als es nicht regnete, könnt ihr relativ sicher sein, dass er sie euch verarscht hat. Das ist einfach so. Deswegen ist Stolz und Vorurteil für mich persönlich ein Roman, vor allem über Ehemöglichkeiten und über die allmähliche Vorstellung von Charaktereigenschaften, die eine Ehe eben auch befördern sollten. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein Roman über die britische Gesellschaft mit all diesen Konversationen, zumindest der Upper Class, also wie gesagt der Gentries. Es ist eine Proto-Liebesgeschichte, so würde ich das mal ausdrücken, im Rohzustand, weil es einfach keine individuellen Gespräche gibt. Auch zwischen Lizzie und Mr. Darcy fällt kaum mal ein Wort über Interessen oder über etwas Erlebtes, was darüber hinausgeht, was die eigene Familie gerade getan hat. Oder was die eigenen Ländereien und Nachbarn betrifft. Es gibt hier einfach immer im Abstrakten die Vorstellung von Charaktereigenschaften, die erweisen sich aber niemals an einem individuellen Gespräch. Und daher ist das für mich tatsächlich auch nach meinem ganz subjektiven Leseempfinden ist es keine Liebesgeschichte. Die Forderung einer klugen Anpassung an die Gesellschaft erkenne ich darin, aber nicht die Forderung der Rechte von Frauen. Ja, deswegen ist es für mich durchaus ein lesenswertes Buch, gerade weil ich Lizzie als Person doch häufig faszinierend fand, weil sie auch hin und wieder eben schroff ist und frech ist und klug ist. Insgesamt für mich aber auch ein nicht immer ganz zufriedenstellender, toller Roman, dem ich gerne sieben von zehn Punkten geben möchte. Das war meine zugegebenermaßen extrem lange Kritik zu Stolz und Vorurteil. Das war meine zugegebenermaßen. Untertitelung des ZDF, 2020